So, dann würde ich mal den Start suchen. Ja, ich freue mich hier auf dem Abschlusspanel des Researches Day auf der Spiel 2022 so viele Gäste begrüßen zu dürfen. Wir haben zum Abschluss ein ganz spannendes Panel. Ich werde also gleich auch etwas in den Hintergrund treten. Ich darf mich zu Beginn dennoch kurz vorstellen. Mein Name ist Jürgen Kahrler. Ich bin Inhaber einer Professur für Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Niederrhein. Ich war vorher ganz, ganz lange an der RWTH in Aachen und wollte dann mehr mit Studierenden im Hörsaal interagieren. Bin dann irgendwann einem Ruf nach Mönchengladbach gefolgt. Und wir haben heute ein ganz spannendes Panel. Ich stelle am Anfang kurz vor, wir haben dabei Paul Schulz. Wir machen gleich auch noch eine kleine Vorstellungsrunde von links nach rechts auf der zweiten Position Steffenbogen. Dann haben wir Wolfgang Lüttke und Lukas Boch hier mit am Start. Und unser Thema für das Abschlusspanel heute ist Stand der Brettspielforschung in Deutschland. Aktueller Stand und auch die Perspektiven. Also wo gibt sich da noch Forschungspotenzial, wo haben wir Möglichkeiten. Und ich bin ganz gespannt, was wir hier auf dem Panel zu besprechen haben. Und ich freue mich auch immer, wenn aus dem Publikum etwas kommt. Und gerne also, wenn irgendwie eine Frage ist, einfach zwischendurch mal so winken, wenn so ganz was Wichtiges ist, wo Sie gerne nachhaken wollen, weil hier oben vielleicht etwas nicht ganz klar oder verständlich formuliert worden ist. Bitte einfach nachhaken. Dann bessern wir lieber direkt aus, als dass wir das dann irgendwie eine halbe Stunde sacken lassen müssen. Wunderbar. Ja, ich hatte unsere Panelisten eingeladen, sich zu Beginn einmal in einem kleinen 60-sekündigen Pitch selber vorzustellen. Und ich mache das jetzt auch nochmal in der Reihenfolge von links nach rechts. So sind wir bei uns ja gewohnt vorzugehen. Paul, bitte stell doch dich kurz vor. Ja, hallo. Mein Name ist Paul Schulz. Ich bin hier in der Doppelfunktion. Einmal bin ich Vertreter der Satz der Spieleautoren-Zunft. Das ist die größte Vereinigung von Spieleautoren, die ich zumindest kenne, mit über 550 Mitgliedern. Da bin ich im Beirat. Zum anderen bin ich aber auch wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem Lehrstuhl für Nachhaltigkeitswissenschaft. Ich bin von der Ausbildung her Psychologe und Ökologe und beschäftige mich da auch im Moment noch nur so ein bisschen hobbymäßig nebenbei mit Brettspielen. Ich habe aber auch schon Abschlussarbeiten ausgeschrieben. Also falls jemand hier danach eine Bachelor- oder Masterarbeit schreiben will, könnt ihr euch auch gerne bei mir melden. Super, ja. Mein Name ist Steffen Bogen. Ich bin auch in einer, sind lauter Doppelfunktionäre vielleicht hier, wollen wir mal gucken. Ich bin Kunstwissenschaftler, habe eine Hochschuldozentur an der Uni Konstanz im Studiengang, der heißt Literatur, Kunst, Medien. Und da bin ich Spieleautor, vielleicht kennen mich die einen oder anderen nur über meine Spiele, Schnapp-Tubi und Camel-Up. Da hatte ich das Glück, dass sie eben die großen Preise gewonnen haben und das hat mir eben auch eine gewisse Freiheit gegeben, so eine Doppelrolle einzunehmen. Also ich habe lange Zeit Uni und Spiele getrennt gehalten. Es war so ein bisschen, wenn man von der Uni genug hatte, dann hatte man noch die schöne Spielewelt. Aber auf der anderen Seite merke ich immer mehr, da vergeudet man auch ein gewisses Potenzial an Fragen und an Möglichkeiten, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und inzwischen ist es verstärkt Teil der Lehre, die ich mache und ich betreue auch ein paar spannende Promotionsprojekte, auf die man sicher auch noch zu sprechen kommen werden. Ja, hallo, ich bin Wolfgang Lüttke. Ich bin Redakteur bei einem Kosmos Verlag im Bereich Familie Erwachsenen Spiele. Das mache ich schon eine ganze Zeit da. Ich habe vorher auch über Spiele geschrieben, ich habe Redaktionsarbeit gemacht, habe Radiobeiträge gemacht, Zeitungsbeiträge gemacht. Ich bin auch noch Autor irgendwann mal gewesen, nicht mehr aktiv und habe außerdem mein Hobby zum Beruf gemacht. Ja, hallo, mein Name ist Lukas Boch. Ich bin kein Spieleautor, sondern in Anführungszeichen nur Wissenschaftler. Dafür beschäftige mich aber tatsächlich mit Brettspielen in meiner Forschung. Ich bin Historiker an der Uni Münster und promoviere dazu, ja, Repräsentation des Mittelalters im modernen Brettspiel. Also, ob wir da noch mehr finden als Pest, Kreuz, Hexenverbrennung. Und habe eben vor, ja, zwei Jahren mit meiner Kollegin Anna-Klara Falke das Projekt Board Game History gegründet. Und wir versuchen einfach ein bisschen, ja, die Brettspielforschung, die es gibt in Deutschland, zu vernetzen und voranzubringen. Und freue mich sehr, dass ich heute auch dann in diesem Panel teilnehmen kann. Ja, dann starten wir mal mit der ersten Frage. Der Wolfgang guckt mich gerade schon so wunderbar an. Wolfgang, ich erlaube mir, mit dir zu starten, weil ich glaube, bei den drei anderen Panelisten haben wir gerade mitbekommen, die haben durchaus in ihrem Alltagsleben mit Forschung zu tun. Wie ist das denn bei dir als Vertreter eines Verlages? Wo hast du Anknüpfungspunkte an Forschung, an Forschungsfragen? Das ist eine spannende Frage, ja. Also hier bin ich tatsächlich unter lauter Wissenschaftler gefallen. Ich bin ja sozusagen ganz profan Vertreter der Industrie. Und Forschung, wir machen nicht direkt Forschung im kulturellen Bereich. Wir sind natürlich interessiert daran, was da im Bereich auch passiert. Wir machen natürlich Marktforschung, um zu sehen, was kommt an. Ganz profan, welche Dinge wollen die Menschen haben, welche Art Spiele, wie müssen die Sachen aussehen. Wir schauen aber auch, was sind die Trends, was möchte man in welcher Form heute präsentiert haben. Und natürlich auch, was kommt einfach bei den Spielern gut an. Das heißt, ihr arbeitet da im Unternehmen auch ganz stark natürlich mit Daten. Weil ihr schaut rein, wie verkaufen sie Spiele. Mit welchen Daten arbeitet ihr da noch im Unternehmen? Was fällt da an Daten an? Na gut, das Wichtigste sind halt die Zahlen von Eurotoys. Das heißt, das sind dann die Abverkaufszahlen, die wir kennen, die tatsächlich im Handel stattfinden. Das heißt, wir wissen, wie unsere Spiele sich verkaufen, aber auch die von den anderen Verlagen. Da hat man einen ganz guten Einblick darüber. Und wir machen auch zu einzelnen Punkten, machen wir dann auch gezielte Marktforschung. Also wir haben mal eine lange Kantan-Studie gemacht. Und wir haben zu Exit-Studien gemacht. Wir müssen ja wissen, wenn wir was machen, für wen machen wir das eigentlich? Wobei ich spreche jetzt quasi in Marketing-Sprech, denn tatsächlich arbeite ich ja in der Redaktion. Also mir geht es eigentlich nur darum, gute Spiele zu machen. Ne, diesen Zwiespalt haben wir ja nicht nur zwischen Redaktion und Marketing, sondern das kommt ja auch oftmals in der Forschung vor. Lukas, ich gebe die gleiche Frage mal an dich weiter. Was bedeutet der Kontakt Brettspiel und Forschung bei dir im Arbeitsalltag? Ja, also für mich ist ganz wichtig, dass man Brettspiele quasi als kulturelle Artefakte wahrnimmt. Das hört sich jetzt mega hochtrabend an, aber dahinter steckt einfach die Vorstellung, dass Brettspiele nicht in einem kulturellen Vakuum, so nenne ich es immer, entstehen, sondern natürlich von den umgebenden Gesellschaften, in denen sie entstehen, beeinflusst werden. Das heißt, durch die Analyse dieser Artefakte können wir Aussagen über vorherrschende Themen in der Gesellschaft treffen. Jetzt in meinem Fall vor allem, wie wird beispielsweise an die Vergangenheit erinnert, wie wird hier Geschichte dargestellt. Aber, und das finde ich jetzt ganz zentral, diese Brettspiele haben natürlich ihrerseits auch wieder einen Einfluss darauf, wie wir bestimmte Themen wahrnehmen. Das heißt, es geht nicht nur um die Reproduktion, sondern es geht auch um die Transformation gesellschaftlicher Themen in Brettspielen. Das ist eben etwas, was wir jetzt in der Geschichtswissenschaft beispielsweise unter der Geschichtskultur fassen. Und hier werden ganz, ganz viele populärkulturelle Medien schon seit vielen Jahren beobachtet und beachtet, aber die Brettspiele interessanterweise noch kaum. Und das finde ich für die Brettspilation Deutschland ein Problem und genau deswegen beschäftige ich mich damit, gerade aktuell. Steffen, du hast vorhin schon erwähnt, du hast auch gerade mehrere Promotionsvorhaben, die du begleitest. Das ist ja das, was wir in der Wissenschaft so tägliches Brot machen. Wo sind da deine ganz konkreten Anknüpfungspunkte zwischen den Forschungsthemen und der Brettspielwelt? Also zunächst mal, ich meine, wir sind ja hier auf dieser Messe und da muss ich niemandem erklären, was das für eine faszinierende Welt ist, die da in den letzten Jahren einfach auch gewachsen und entstanden ist. Und mich stört dann, dass in den Game Studies sehr häufig eben dieser Gamebegriff mit Computerspiel gleichgesetzt wird und Brettspiel sind dann hauptsächlich die älteren Sachen sozusagen. Das war eine Phase des Spielens, da gab es Brettspiele und jetzt gibt es eine neue Phase des Spielens, sind Computerspiele. Und ich glaube, das ist grundsätzlich falsch, weil parallel zu den Computerspielen haben sich eben die Brettspiele extrem weiterentwickelt, sind ganz anders geworden, sind ganz neue Qualitäten entwickelt. Und das in verschiedene kulturwissenschaftliche Kontexte reinzuschreiben, das ist eine große Aufgabe, großes Desiderat. Und da fehlen im Moment auch noch die Methoden, also ich sage es mal positiv, es ist eine große Offenheit. Man kann sehr unterschiedlich an das Thema rangehen, aus einer stärker historischen Sicht, wie das Lukas jetzt auch skizziert hat. Oder ich sage jetzt gleich mal, Valentin begrüße ich hier, der eines dieser Promotionsprojekte durchführt, die vom Vereinsspiel des Jahres auch gefördert werden an der Universität Konstanz, der sich eben dezidiert anschauen will, wie in der Geschichte der letzten 50 Jahre, sagen wir mal parallel zu diesem Bereich Spiel des Jahres, was sich die Spielkulturen im Brettspiel verändert haben, zusammen mit gesellschaftlichen Veränderungen. Die Sarah Klöfer, freue ich mich auch, dass ihr beide da seid, die schaut sich das eher sozusagen von dem Play an. Ich lege eine Schachtel auf den Tisch, die hat immer die gleichen Regeln, sind immer die gleichen Materialien drin, aber dann passiert da immer wieder was anderes. Es entfaltet sich ein großer Spielreiz. Was ist eigentlich an dieser Schnittstelle, was geschieht da? Bei so grundlegenden Fragen, glaube ich, fehlen uns wirklich noch Beschreibungsmöglichkeiten und Methoden. Und das sind so zwei Punkte, die ich jetzt mal angerissen habe, wo wir einfach versuchen weiter zu forschen und uns anzuschauen, wo können wir da andocken und wie können wir das durchführen. Paul, wie ist das bei dir im Alltag, die beiden Welten, Forschung, Brettspiel, wo treffen die aufeinander? Ja, da gibt es zwei Antwortmöglichkeiten, weil ich ja im Moment noch, und das werde ich auch noch eine Weile weitermachen, so diese zwei Leben lebe. Also jetzt bin ich Brettspielautor, da bin ich aber im Urlaub von meinem normalen Job. Als Spieleautor haben wir da ein Beispiel, das ist ein Projekt von der, ich weiß gar nicht, ist es TU oder Uni Nürnberg gibt, das heißt Empamos. Das steht für empirische Analyse motivierender Spielelemente und da wird anhand von Netzwerksanalysen geschaut, welche Spielelemente kommen häufig zusammen vor in Spielen, die dann gut bewertet werden und welche Elemente, wenn die zusammen in einem Spiel vorkommen, sorgen dann dafür, dass das Spiel eher eine negative Bewertung kriegt. Und da sind wir tatsächlich gerade am Zusammenarbeiten und die Empamos-Leute bieten jetzt Workshops für Mitglieder der Spieleautorenzunft an. Einer fand schon statt, da war ich leider krank, deswegen kann ich keine persönliche Rückmeldung geben, aber es war doch so gut, dass wir jetzt einen zweiten im November stattfinden werden lassen. Und wir sind ganz gespannt als Gruppe, als Satz, wie uns das bei der Spieleentwicklung zukünftig helfen kann, also eine wissenschaftsgeleitete oder unterstützte Spieleentwicklung. Jetzt haben wir da den Bereich Daten aus zwei ganz unterschiedlichen Perspektiven ja mal erwähnt. Also bei euch kamen jetzt die Daten durch, dass man wirklich auch versucht zu quantifizieren, was kommen für Elemente in Spielen vor und kann man daraus etwas ableiten. Wir hatten aber auch Daten auf der betriebswirtschaftlichen Ebene, dass Umsatzzahlen, Verkaufszahlen etc. analysiert werden. Ich finde es immer wieder überraschend, dass in dem Bereich eigentlich relativ wenig passiert, wenn ich mir anschaue, was an Daten eigentlich da ist. Also ich habe selber einen Doktoranden, der beschäftigt sich mit Innovationsforschung und der hat sich mal angeschaut, wie stellen sich eigentlich Innovationsteams zusammen bei Brettspielen. Also wo arbeiten Autorinnen und Autoren gemeinsam, wo finden wir Einzelprodukte einer einzelnen Autorin, eines einzelnen Autoren und hat dann da so ein bisschen Theorie aus der Innovationsforschung drüber gelegt. Wo seht ihr denn da, und vielleicht, Paul, starte ich da direkt nochmal bei dir, wo seht ihr denn da Potenzial, dass wir eigentlich noch viel mehr mit quantitativen Daten arbeiten könnten? Und empirischen Daten, die vielleicht erhoben werden? Ja, das ist vom Prinzip her genau der Punkt, auf den ich auch hoffe, mal in meiner Arbeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter, also wo ich dann auch eine Promotion anstrebe, eingehen zu können. Meine Promotion wird sich grob beschäftigen mit der Evaluation von Methoden der Umweltbildung beziehungsweise Bildung für nachhaltige Entwicklung. Es gibt schon einige Brettspiele, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen, auch wenn man heute hier durch die Hallen geht, dann wird man sehen, es gibt einige Brettspiele, die irgendwie das Thema haben, wir müssen auf CO2, Net Zero kommen oder wir müssen eine Art retten. Da gibt es ganz viele. Was es ganz wenig gibt, ist qualitativ gut erhobene, quantitative Daten, wie das überhaupt wirkt. Also ich bin ja Psychologe, das heißt, wir schauen uns Konstrukte an, sowas wie Verbundenheit mit der Natur können wir uns anschauen, wir können uns auch Verhalten anschauen, nachhaltiges Verhalten oder Verhaltensintentionen zumindest, ich will mich besser verhalten. Jetzt ist die Frage, wenn jemand Spiele mit diesen Nachhaltigkeitsthemen spielt, sorgt das wirklich dafür, dass die Person sich dann später nachhaltiger verhält. Und dazu haben wir so gut wie keine Daten, die wirklich belastbar sind. Es gibt ein paar Ansätze, aber was mir zum Beispiel noch ganz stark fehlt, ist eine Kontrollgruppe. Ja, also wenn wir das einmal vergleichen mit einer Medikamentenstudie, da wollen wir zwei Sachen wissen, wenn wir ein neues Medikament testen. Und ich sage jetzt mal, das Spiel, das zu nachhaltigerem Verhalten führen soll, das ist das Medikament. Wir wollen zwei Sachen wissen. Einmal, wirkt das Medikament besser als nichts? Dafür haben wir bei Medikamenten die Placebos als Kontrollgruppe. Bei Brettspielen bräuchten wir dann Brettspiele zum Beispiel mit anderem Thema als Nachhaltigkeit, als Kontrollgruppe. Und das Zweite ist, wirkt das Medikament besser als andere Medikamente? Sind Brettspiele zum Beispiel geeigneter, nachhaltiges Verhalten hervorzurufen, als ein Film? Oder einen Bericht? Oder dass man die Leute einfach einlädt, das Verhalten mal auszuprobieren? Und dann kommen natürlich noch Kombinationseffekte, das gibt es auch noch. Vielleicht ist das Brettspiel kombiniert mit einem Film über dasselbe Thema besonders gut. Also ihr seht, da ist unheimlich viel, wo man noch reingehen kann. Und bisher gibt es meines Wissens nach noch keine psychologische Studie mit Kontrollgruppe über die Effekte von Brettspielen auf Nachhaltigkeitskonstrukte. Dankeschön. Ehrlich gesagt, als du vorhin gesagt hast, dass ihr Daten gerade erhebt und auswertet, was Mechanismen in Brettspielen betrifft, war ich erst mal ziemlich erschrocken. Weil ich habe gedacht, wenn man jetzt unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten Brettspiele entwickeln wollte, dann geht die ganze Kreativität verloren. Es geht ja weniger darum, dass ich sehe, wenn der Mechanismus in dem Spiel ist und der ist auch da, dann kommt ein gutes Spiel dabei raus oder ein erfolgreiches. Sondern jedes einzelne Spiel ist ja für sich wirklich ein ganz individuelles Objekt. Und ich weiß, du zittern schon gerade. Aber es hat mit wissenschaftlich so viel zu tun. Aber was viel wichtiger ist, ist die Kreativität derjenigen, die ein Spiel entwickeln. Und wenn ich jetzt vorhin gesagt habe, wir arbeiten auch mit wissenschaftlichen Hintergründen, nicht darum zu sagen, welche Spiele machen wir, sondern vielleicht, wie wollen wir sie dann vermarkten, also wie wollen wir sie sichtbar machen. Aber das Ganze zu verwissenschaftlichen, das würde mich schon ein wenig erschrecken in meiner Arbeit. Ja, ich glaube, die anderen beiden wollen auch kurz sagen, ich... Alle zog ganz kurz. Ganz kurz. Genau deswegen habe ich mich, als ich über Empamus geredet habe, nochmal korrigiert. Ich habe zuerst gesagt, wissenschaftsgeleitet und das habe ich dann korrigiert, zu wissenschaftsunterstützt. Ich will natürlich dann nicht das Individuelle des Autors oder die Kreativität rausnehmen, sondern es ist eher eine zusätzliche Methode, die wir nutzen können. Wir können uns anschauen, eben was wurde da rausgefunden und können zum Beispiel auch das als Herausforderung nehmen und mal überlegen, warum gehen denn diese beiden Spielelemente noch nicht zusammen und kriegen wir sie vielleicht doch zusammen. Also ich sehe das eher so als eine Unterstützung, eine Inspirationsquelle, die dann eher mehr Kreativität wieder oder auf eine neue Art die Kreativität anregt. Und wir haben ja zwei Autoren auf der Bühne. Steffen? Also tatsächlich, wenn ich jetzt über dieses Thema quantitativ nachdenke, komme ich auch mehr aus dieser Spieleentwicklerperspektive, weil ich bin ja Kunstwissenschaftler und das ist so ziemlich die extrem qualitativste Wissenschaft, glaube ich, die es auch gibt. Auf der anderen Seite, als Spieleentwickler, entwickle ich Zählweisen. Also am Ende zählt man in dem Spiel, was da passiert und ermittelt ein Ergebnis in der Gruppe. Und wenn man dann darüber nachdenkt, wie macht man das eigentlich? Es sind ja so faszinierende Systeme entstanden, die diesen Spielreiz, diesen Wiederholreiz generieren. Das ist sozusagen meine Grundfrage und meine Hoffnung ist aber nicht, dass man das berechnen kann. Das ist eher auch meine Furcht, aber die ist gar nicht so groß, weil wenn man sozusagen ein Patentrezept hätte, dann würde ich das aber auch sehr schützen. Aber ich glaube, dass sozusagen diese Zusammen in der Gruppe, probieren wir unterschiedliche Strategien aus, können dadurch ausprobieren, führt das zum Erfolg. Also man muss komplexe Zählweisen erfinden, die dann auch in den Materialien verankert sind. Und das ist so mein eigener Punkt, wo ich sage, da ist noch viel zu tun, damit wir das beschreiben können. Ich arbeite da gerade an einem eigenen Buchprojekt, das heißt mit dem Zufallsspielen. Und da geht es sozusagen darum, wie kann ich Schwankungsbreiten anlegen, damit eine solche Vielfalt von Spielweisen entsteht. Was ist da in den letzten Jahren passiert im Brettspielbereich? Aber nicht eben deshalb, weil ich denke, es ist berechenbar. Und es ist auch keine Spieltheorie, die mir dann nachher sagt, wie ich Katan gewinne oder so, sondern eher umgekehrt. Die sagt mir, warum ist Katan so ein gutes Spiel? Weil es immer wieder neue Aufgaben stellt und in der Gruppe dynamisch ist. Und das ist vielleicht auch eine Frage nach Zählweisen, aber die das Spiel selbst als Medium versucht, ernst zu nehmen, drauf zu schauen. Wie ist das Game angelegt, dass so ein vielfältiges Play entstehen kann? Lukas, gerne, endlich. Du hast auch schon ganz lang gezuckt. Ich bin einfach unter Strom. Nein, ich finde es immer so schön, über diesen Heiligen Graal zu... Es kommt mir immer so ein bisschen wie der Heilige Graal vor. Also wir entschlüsseln die DNA des Brettspiels und dann werden wir quasi das perfekte Brettspiel erfunden haben. Was ich jetzt aber wirklich spannend finde, ist, dass wir allein schon drei unterschiedliche Leute, eigentlich vier Leute, die auf dem Podium sitzen und schon komplett unterschiedliche Forschung davon haben, was eigentlich eine Brettspielforschung in Anführungszeichen aussagen könnte. Wenn ich einmal ganz kurz ausholen darf, du hast es ja schon vollkommen richtig gesagt, Steffen, in dem Bereich der Game Studies werden halt, die gibt es ja schon relativ lange als zu digitalen Spielen, da ist einfach das Problem, dass Game immer gleichgesetzt wird mit analogen Spielen. Was es aber bei den Game Studies tatsächlich gibt, und das könnte man eigentlich schön als Vorlage vielleicht auch nehmen für eine hier entstehende analoge Spieleforschung, wäre eine Unterteilung und verschiedene Forschungsrichtungen. Es gibt da zum Beispiel einerseits den Aspekt des Game Design, das wäre eben etwas, was wunderbar in das passen würde, was ihr gerade erzählt habt, also wie können wir eigentlich gute Spiele entwickeln? Und da ist es ganz wichtig, nicht hinzugehen zu sagen, und das wollt ihr auch gar nicht, das weiß ich, so ihr blöden Spieleentwickler, jetzt kommen wir aber endlich mal und zeigen euch, wie es richtig geht, sondern die Zusammenarbeit mit den AutorInnen und VerlegerInnen zu fördern. Ein zweiter Punkt wäre ein kulturwissenschaftlicher Ansatz, das wäre so ein bisschen das, was wir bei Boardroom-Historien aktuell sehr stark machen, also zu gucken, wie beeinflusst eigentlich ein Artefakt die Gesellschaft andererseits, wie wird eigentlich das Artefakt von der Gesellschaft beeinflusst? Das ist etwas, was wir in Literaturwissenschaften schon sehr lange haben oder auch in den Filmwissenschaften, und hier würde ich auch Steffen wieder komplett recht geben. Das Problem ist, dass es für analoge Spiele einfach noch keine elaborierten Ansätze gibt, wie wir dieses Artefakt in Gänze fassen können. Und ich bin jetzt in meinem Dissensicht genau bei dem Problem so, wie kann ich denn jetzt dieses blöde Orion eigentlich so analysieren, dass ich nachher herausfinde, wie wird nicht im Mittelalter genau dargestellt? So, das sind irgendwie so zwei Einsätze. Und das Dritte wäre vielleicht auch wirklich nochmal diese marktwissenschaftliche Untersuchung, die bei uns Kulturwissenschaftler immer so vielleicht etwas anruhig klingt, von wegen, die wollen ja mit Geld verdienen, weil ihr wisst das ja, Kulturwissenschaftler, die verdienen halt nicht so viel Geld dann. Aber das finde ich nochmal eine super andere wichtige Forschung und dass wir es versuchen müssen, diese Forschungsbereiche irgendwie im besten Fall zusammen anzulegen. Das fände ich, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das ist etwas, was wir in der Wissenschaft ja generell feststellen können, dass Forschung immer interdisziplinärer wird. Wir verlassen die Fachgrenzen. An einigen Hochschulen und Universitäten gibt es dann auch noch Fachgruppen, die dann noch kleiner gegliedert sind und da so in ihrem eigenen Süppchen irgendwie rumwurschteln. Aber das ändert sich gerade ganz massiv. Und ich glaube, das ist auch für Forschung rund um Brettspiele ein ganz spannender Teil. Da waren jetzt ganz, ganz viele Dinge drin. Ich versuche die mal, ach, ich mache die in der Reihenfolge, auf die ich gerade Lust habe. Das ist toll, wenn man so ein Panel moderieren darf. Hier kam gerade das Thema Kultur auch und Abbildung der Kultur auf. Wir haben ja in den letzten, naja, ich würde mal sagen, mindestens so zwei bis drei Jahren tatsächlich eine massive Veränderung auch in der Gesellschaft, die wir feststellen können, dass ein Bewusstsein gestärkt wird. Wir hatten hier vorhin ein Panel, da ging es um Diversity-Aspekte. Und ich höre immer öfter, dass Verlage auch die Möglichkeiten nutzen, zum Beispiel bei Spielen mit historischem Hintergrund oder Spielen, die in anderen Kulturkreisen, in anderen Ländern handeln, dass dort dann Cultural Consultants, also kulturelle Berater hinzugezogen werden. Wolfgang, ich frage mal ganz konkret bei dir, ist das auch ein Thema, was im Kosmos Verlag ganz konkret adressiert wird beziehungsweise auch ein Thema, was bei Spieleverlage e.V., die du ja auch repräsentierst heute, ein Thema ist, dass man darüber spricht, dass man versucht, so etwas zu verankern und da dann eben auch wissenschaftliche Erkenntnisse aus diesen Bereichen einfließen zu lassen. Also grundsätzlich ist es nicht der Fall, sondern es hängt von den einzelnen Spielen ab. Das heißt, wenn wir ein Spiel machen, was wirklich dann ein sensibles Thema hat, dann gehen wir auch sensibel damit um. Also wir haben dieses Jahr eine Reihe rausgebracht, die heißt Carta Ventura, die wir nur in Lizenz machen und da werden aber Spiele abgedeckt, sagen wir mal, reale Spielthemen. Das letzte, was wir gemacht haben, heißt Oklahoma und dann geht es darum, um den ersten schwarzen Deputy der USA, der aber noch als Sklave sozusagen auf die Welt gekommen ist und das erlebt man in dem Spiel wieder. Und natürlich muss dann auch der kulturelle Hintergrund dazu stimmen. Das heißt, da ist ja noch ein Beiheft dabei, wo ein bisschen was dazu erklärt wird und wer noch ein bisschen mehr erfahren will, der kann sich weiterbilden. Also wenn wir solche Themen abdecken. Aber wenn ich jetzt ein, sag ich mal, Friede, Freude, Spaßspiel mache, dann muss ich nicht da auf einen sensitiven Hintergrund gehen, um zu gucken, was darf ich jetzt da machen oder was muss ich beachten. Also das heißt, es hängt von dem einzelnen Spiel ab. Wenn wir sagen, es ist ein Spiel, da könnte man anecken oder da sollte man sehr sensibel sein, dann machen wir es auch. Dann schauen wir auch, dass wir da entsprechende Beratung bekommen. Aber bei einem normalen, ganz normalen Spiel nicht. Das ist nicht unser Tagesgeschäft. Steffen, würdest du das als eine teilweise Aufgabe für Wissenschaft ansehen, da auch in der Industrie beratend unterwegs zu sein und unterstützend unterwegs zu sein? Auf alle Fälle. Auf der anderen Seite würde ich auch einen anderen Punkt aufmachen, dass ein Spiel mit den besten Intentionen trotzdem auch vielleicht in der Gruppe, in einem Play, Effekte erzeugen kann, an die ich gar nicht gedacht habe. Also ich würde von der anderen Seite rangehen. Nämlich von dieser Sache, dass ich glaube, dass in den Brettspielen, und das finde ich so stark in den letzten Jahren, ein Bewusstsein dafür entstanden ist, dass ich Regeln verändern kann. Ich meine, diese Vielfalt, die ich hier auf der Messe habe, wenn man das vergleicht, was es da für Türöffner-Spiele, glaube ich, gab, die dann dazu animiert haben, dass aus der Szene heraus, aus dieser Community neue Spiele entwickelt werden. Das ist, glaube ich, das schönste Beweis, dass so etwas funktioniert. Und das macht mir irgendwie, das würde ich mir wünschen, dass das gesellschaftlich wirklich etwas macht, wenn ich spiele, nicht nur spiele, um am Ende mein Spielergebnis zu optimieren, sondern zu schauen, wie kommt es in der Gruppe an, können wir an dem Spiel was verändern, können wir auch das Spiel verändern, damit es uns besser passt. Und so eine Spielkultur zu erzeugen, ich glaube, das, es ist eigentlich schon passiert, aber das könnte man noch stärker unterstreichen, was das eigentlich für eine wichtige und schöne Entwicklung ist. Ich habe ja gesagt, wir greifen auch Zurufe aus der Zuhörerschaft auf. Jetzt gibt so ein Prof nie das Mikro aus der Hand, weil der redet ja selber gerne 90 Minuten. Ach so, ich muss das jetzt so sagen. Okay, ich habe gedacht, ich nutze mal die Möglichkeit, direkt nachzufragen. Jetzt wurde ja gerade gesagt, wenn wir Friede, Freude, Eierkuchen-Spiele machen, wo wir nicht anecken können, dann müssen wir auch nicht darauf achten, wie wir es gestalten. Ich wollte da direkt fragen, ob Sie dachten, beim Gestalten dieses Panels, ob Sie gegebenenfalls damit anecken könnten, wie Sie das gestalten, z.B. in nicht-genderneutraler Sprache mit fünf von mir männlich gelesenen Menschen auf der Bühne und damit auch gleich provozieren als praktisches Beispiel, dass eben alle Gestaltungen Auswirkungen hat. Und es hat eine Auswirkung auf unsere Szene, wie Sie dieses Panel gestaltet haben. Egal, ob Sie dabei dachten, dass es Auswirkungen haben würde oder nicht. Und ich glaube, das ist ein Punkt, über den vielleicht auch andere Leute sprechen. Danke. Wenn ich darauf vielleicht direkt antworten dürfte, weil ich das Panel tatsächlich zusammengestellt habe mit Unterjürgens Unterstützung, wie du vielleicht, ich glaube, das ist okay, weißt, es ist super schwierig, in der Brettspielszene auch Leute zu finden tatsächlich, die sich, also nicht-männliche Personen zu finden, die sich halt mit Themen beschäftigen. Wir haben in den anderen Panels extra darauf geachtet, dass wir eine Verteilung haben und wir hatten sogar beim vorherigen Panel eine ausschließliche Frauengruppe quasi, beziehungsweise wir hatten keine männlich gelesenen Personen dabei. Und das war mir in dem Hinsicht sehr wichtig. Dass es jetzt so herausgekommen ist, tut mir leid. Aber da kann ich tatsächlich jetzt mal, ja, muss ich sagen, ich habe es versucht, aber es hat einfach nicht geklappt. Den anderen Punkt, den du, glaube ich, angesprochen hast und der ganz wichtig ist, und da würde ich tatsächlich dich auch ein bisschen nochmal nicht angehen wollen, aber nochmal darauf hinweisen wollen, es ist eine Sache, darüber nachzudenken, was glaube ich, was ist meine Intention dabei, ein Spiel zu entwickeln? Und die andere Sache ist tatsächlich, wie kommt es an? Also das würden wir eben auch immer bei Forschung zur Geschichtskultur sagen. Es ist mir vollkommen egal, ob der Autor quasi bei seinem Spiel das Ziel oder Erfolg, etwas über Geschichte zu vermitteln. Das ist vollkommen egal, weil das Spiel vermittelt etwas über Geschichte. Nur ist es mir ganz wichtig auch, wir wollen zum Beispiel bei unserer Arbeit bei Board Game Historian nicht mit dem Finger quasi immer darauf zeigen und sagen, das und das und das und das dürft ihr nicht machen, sondern uns geht es darum, eine Reflexion anzulegen. Und ich habe ja auch am Mittwoch beim Spieleverlagen e.v. das Projekt Board Game Historian und unsere Arbeit mal vorgestellt. Und da gab es tatsächlich spannenderweise auch langsam eine Erkenntnis dazu, dass einfach der Austausch mit Leuten außerhalb der Brettspielszene, die sich wissenschaftlich an bestimmten Gegenständen beschäftigen, von Vorteil sein kann. Also verstehe ich es nicht falsch. Das ist einfach etwas, was ich glaube ich wichtig fände. Also andere Blickwinkel und Reflexionen dazu zu nehmen. Paul, bitte auch direkt dazu. Ja, direkt dazu. Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Und mir ist es jetzt selber so gegangen, dass wir ein Spiel, was von mir nächstes Jahr rauskommt, das hat einfach nur so als Verzierung, sage ich mal, auf einem Block Menschen mit drauf. Wo wir dann auch nochmal gemerkt haben, Moment mal, die sind schon überwiegend weiß und männlich. Da können wir vielleicht nochmal drüber nachdenken. Meine Playtester-Gruppe ist diverser als die Leute auf dem Block. Das kann nicht sein, wenn ich das denen wiedergebe, die das getestet haben. Und wir haben auch von der Spielautorenzunft letztes Jahr in einer internationalen, interkulturellen, wirklich bunt gemischten Arbeitsgruppe einen Kodex erstellt. Wir haben das genannt Kodex für Respekt. Das kann man auch online finden. Und da wird eben eingeladen, genau über solche Aspekte nachzudenken. Den haben hunderte von Spielautoren und Menschen aus der Spiele-Szene unterschrieben. Wir haben da auch keine festen Regeln aufgestellt, sondern wir laden, wie gesagt, ein, die Spielidee nochmal zu überdenken auf bestimmten Aspekten. Und dazu gehört natürlich die Repräsentation von unterschiedlichen Ethnien, unterschiedlichen Geschlechtern dazu. Da gehört genauso dazu, auf Barrierefreiheit zu achten, was natürlich auch im Brettspiel ein Fall ist. Bei Barrierefreiheit muss man nicht nur an Rollstuhle denken, sondern Barrierefreiheit heißt auch, dass Spiele möglichst für Leute mit Rot-Grün-Schwäche spielbar sind und viele andere Dinge. Also Kodex für Respekt, der Spielautorenzunft, da denken wir dran. Und ja, du hast vollkommen recht, mit der gendergerechten Sprache vermassle ich auch immer wieder. Im Schreiben kriege ich es hin, beim Schnellsprechen verhau ich es. SpielautorInnenzunft heißt das offiziell. Steffen. Ne, ich finde es auch einen guten Punkt und es ist eine schwierige Aufgabe, das Panel zusammenzustellen, aber wir können es ja jetzt noch spontan irgendwie ändern. Also ich habe das Gefühl, ich habe auch schon viel gesagt und ich kann ja aus dem Publikum auch mitdiskutieren. Also ich mache jetzt einfach einen Platz, weil wir Lust haben. Dann, äh... Diese blöde Änderung von Spielregeln, Steffen, das kannst du nicht einfach machen. Dann biegen wir mal... Wunderbar. Jetzt könnten wir noch diskutieren, hatte die Doktorandin jetzt eine Wahl? Wenn der Doktorvater... Ja, also ich nehme da raus, mit Wissenschaft kann durchaus beitragen und kann unterstützen bei der Entstehung von Brettspielen. Wir können da durchaus spannenden Input liefern. Wolfgang, was würdest du dir denn noch an Input liefern, wenn du darüber nach... Was würdest du dir denn noch an Input wünschen, wenn du darüber nachdenkst, wir machen ein Spiel und... Ähm... Was könnte Wissenschaft dazu beitragen? Also quasi die Industrieperspektive, wenn ich das mal so formuliere. Es geht eher aus Redaktionsperspektive, weniger Industrie. Ähm... Das heißt, es hängt vom Spiel ab. Natürlich, wenn ich ein Spiel habe, wo ein wissenschaftlicher Hintergrund eine Rolle spielt, dann informieren wir uns auch darüber und sagen nicht einfach, das ist so, sondern wir prüfen das nach oder fragen Menschen, die davon Ahnung haben und fragen auch verschiedene Stimmen. Und was wir gerade gesagt haben, sagen von der Repräsentanz. Es ist tatsächlich so, dass wir, ohne dass wir das wissenschaftlich begleiten, in den letzten Jahren schon sehr darauf achten, dass wir in unseren Spielen auch diverser sind. Und ich tatsächlich seit mittlerweile anderthalb Jahren meine Spielregel genderneutral schreibe, obwohl ich anfangs dachte, es ist eine ganz schön schwierige Sache. Ist auch eine ganz schön schwierige Sache, aber darauf haben wir geachtet, dass das sozusagen wirklich geschlechtsneutral geworden ist. Ähm... Aber wir können oder wir werden nicht für jede Art Projekt, was wir machen, eben Außenberatung zur Rate ziehen, weil es geht ja auch ganz viel darum, wie man ein Spiel, das ja auch ein Produkt ist, präsentiert. Natürlich, wie gesagt, wir wollen keinen ausschließen. Was du gerade gesagt hattest, was solche Dinge betrifft, wie Farbschwäche und sowas, auch darauf achten wir, haben wir früher weniger gemacht, aber früher hat man sich darüber nachgedacht. Mittlerweile aber schon, weil wir auch niemanden ausschließen wollen, jedenfalls nicht bewusst. Das kann passieren manchmal, es wird immer mal wieder passieren, aber das ist nicht bewusst. Kann ich vielleicht was zu... Also so fragen, es ist ja vielleicht auch keine Frage, ob man Leute von außen dazu holen muss, weil wir hatten ja vorher in dem Panel über Diversity auch so das Thema, dass vielleicht auch die grundlegenden Strukturen ja anders beschaffen sein müssen. Also dass die Teams, die an der Entwicklung von Spielen arbeiten, dass die halt diverser sind. Und das ist ja was, was man total umstrukturieren könnte. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie Kosmos aufgestellt ist in der Personalpolitik. Deswegen kann ich dazu nichts sagen, aber vielleicht kannst du dazu was sagen. Und ich finde, dann muss man auch keine Leute von außen holen, weil dann hat man halt Teams, die divers sind und dann stellt sich die Frage gar nicht mehr. Sarah, jetzt haben wir mit dir die Chance, dass wir eine Doktorandin hier oben auf dem Podium haben. Und für Doktorandinnen und Doktoranden ist eine ganz, ganz wichtige Fragestellung. Ich erarbeite wissenschaftliche Erkenntnisse und diese wissenschaftlichen Erkenntnisse gilt es jetzt publik zu machen. Das heißt, das Thema Publikationen ist für die Wissenschaft ein ganz wesentliches Kriterium, denn darüber tauschen wir uns untereinander aus. Darüber kommen wir in den Diskurs und darüber entwickelt sich Wissenschaft weiter. Was würdest du dir denn aus der Perspektive einer Doktorandin wünschen, welche Möglichkeiten zur Publikation über Brettspiele es denn noch gäbe? Oder sagst du, ich bin eigentlich ganz, oder wir sind gut gesettelt mit dem, was wir da haben an Publikationsorganen, die man nutzen kann oder ähnliches. Hast du da in deinen ersten Monaten etwas entdeckt? Ja, ich weiß nicht, ich kann dazu, glaube ich, noch nicht so viel sagen. Ich würde mir, glaube ich, generell wünschen, dass eben das Brettspiel oder das Spiel an sich breiter beforscht wird. Also ich glaube, ich habe das vorhin schon mal kurz angedeutet, es ist mir ein großes Fragezeichen, warum das Brettspiel als Kulturgut so wenig, warum dem so wenig Wirkkraft zugeschrieben wird im Vergleich zu anderen Kulturgütern. Also warum immer wieder in Frage gestellt, weil ich glaube, Steffen, du hast das auch vorhin gesagt, also man muss sich quasi immer rechtfertigen, wenn man das Spiel beforscht und deswegen würde ich mir da, glaube ich, eine breitere Diversität an Forschungsinstitutionen einfach vorstellen. Also warum gibt es nicht einfach an den Universitäten Lehrstühle für Spieleforschung so, also und das meine ich nicht im Sinne von den Game Studies, die sich nur auf Computerspiele beziehen, sondern das meine ich im Sinne von Spieleforschung, ja, die auch Brettspiele mit einbezieht und die dann eben fächerübergreifend irgendwie forscht und das ist jetzt ein bisschen von deiner Frage weggegangen nach diesen Publikationsmöglichkeiten, aber ich könnte mir natürlich vorstellen, wenn man an Spielen forscht, warum ist dann eine Doktorarbeit vielleicht eine Schrift, die ich verfassen muss, sage ich jetzt mal ein bisschen polemisch, sondern kann ich nicht vielleicht ein Spiel entwickeln, um zu zeigen, was die Forschungsergebnisse sind. Also können wir nicht auch in der wissenschaftlichen Forschung kreativer denken und neue Strukturen machen, die dann wieder andere Publikationsmöglichkeiten hervorrufen. Also das ist quasi ein Ansatz, den ich sehr spannend finden würde, aber ja, ich habe da auch noch nicht die konkreten Ideen auf jeden Fall, aber ich würde mir das wünschen, dass da die Wissenschaft auch viel offener ist. Das finde ich sehr spannend, also ein Spiel in Form einer Doktorarbeit finde ich eine sehr spannende Idee. Nein, weil natürlich, weil man dann erst recht ja sehr viel runterbrechen muss, um das wissenschaftliche oder das, was man rüberbringen will, auch rüberzubringen, aber ein Spiel muss ja immer noch unterhaltsam sein, muss Spaß machen, das heißt, es darf keine trockene Arbeit sein, sondern man muss auch noch schaffen, die Botschaft, die man unterbringen möchte und die Informationen unterhaltsam unterzubringen. Paul, du hattest auch noch einen Aspekt, vielleicht auch zum Thema Publikationsorgane. Genau, also was die quantitative Forschung angeht, Nachhaltigkeitswissenschaft, da habe ich schon einige Paper gesehen, die auch in gut angesehenen Journals wie Sustainability für unser Feld veröffentlicht wurden und das trotz der Kritikpunkte, die ich am Anfang hatte. Das heißt, da gehe ich davon aus, dass da wirklich eine Nachfrage ist nach Forschung zu Brettspielen und ich denke, dass das auch in anderen Bereichen so sein kann, wenn das eben themenrelevant ist. Also die Sustainability ist ein thematisches Journal, nicht ein methodisches. Das ist also alles, was Nachhaltigkeit ist von ganz verschiedenen Forschungsbereichen und deswegen hat da eben dann auch Spieleforschung offensichtlich eine gute Chance. Lukas, gerne. Also es gibt, also seit den zwei Jahren, wie wir mit Bordgemer sollen arbeiten, ist das eben ein Grundproblem. Es gibt eben in Deutschland kein Publikationsorgan, was sich eigentlich wirklich alleine mit Brettspielen beschäftigt. Jetzt ist eine Sache darüber zu reden, dass das ganz doof ist, aber man kann auch versuchen, was daran zu machen. Also deswegen haben wir jetzt zum Beispiel den Hypothesis-Blog, den wir eben jetzt vor einem Jahr gestartet haben und der jetzt seit längerer Zeit läuft, so angelegt, dass er über eine ESSN verfügt und das heißt, die Beiträge, die wir dort veröffentlichen, werden auch über den Katalog der Deutschen Nationalbibliothek auffindbar sein. Das heißt, so haben wir eine Möglichkeit, am wissenschaftlichen Diskurs zu partizipieren und letztes Jahr haben wir beispielsweise ein CFB gemacht, wo du ja auch etwas eingereicht hast, Sarah, wo wir eben tatsächlich und ich glaube, Steffen, du auch, du warst auch dabei, wo wir 27 Texte von WissenschaftlerInnen gesammelt haben, die sich eben mit verschiedenen Blickwinkeln mit dem Kulturgutspiel beschäftigen. Das heißt, wir sind da dran, versuchen etwas zu ändern, es müsste, aber das ist wirklich eine langfristige Geschichte, dass wir eigentlich so etwas wie eine Zeitschrift bräuchten, was weiß ich, Brettspielforschung in Deutschland ist ein bisschen platt, das sehe ich auch so, aber ein Publikationsorgan, das tatsächlich auch diese Forschung sammelt, denn das ist noch das, was auch Steffen angesprochen hat. Wir brauchen auch, also was glaube ich keinen Sinn hat, dass wir jetzt auf einmal alle anfangen, nebeneinander herzuforschen, sondern wir brauchen irgendwie auch ein Organ, wo wir versuchen können, diese neuen Erkenntnisse zu diskutieren. Deswegen ist eben so ein Research, der ja auch der erste Punkt, um so eine gemeinsame Verletzung hinzukriegen. Normalerweise laufe ich immer ganz tief ins Publikum rein und lege dann meinen Studierenden ein iPad hin und dann müssen die eine Aufgabe lösen. Die kriegen immer die Krise, wenn ich dann über die Tische laufe im Hörsaal mit den geschlossenen Reihen, aber so ist es schön, dass ich das Publikum direkt einbeziehen darf. Ja, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, dass immer wieder der kulturwissenschaftliche Aspekt erwähnt wird. Ich komme ja aus der Kulturwissenschaft und ich habe jetzt häufiger schon gehört, ja, warum gibt es denn so wenig wissenschaftlich? Ich glaube, dass das ein Irrtum ist, zumindest eingeschränkt, denn ich denke, es gibt ganz viel, zum Beispiel auch aus der Kulturwissenschaft. Das Problem ist, dass es nicht die Kulturwissenschaft des Spiels gibt oder die Spielanthropologie, sondern wir haben bei uns im Fach zum Beispiel die Sachkulturforschung, die heute Material Culture Studies häufig heißt, wo es fantastische Arbeiten gibt zu Spielzeug, ja, von Ingeborg Weber-Kellermann und auch jüngere Beiträge. Wir haben die Populärkulturforschung, die auch viel zum Thema Brett- und Computerspiel macht. Das Problem ist, die treten nicht geschlossen auf, sondern es sind Kommissionen und Unterarbeitsgruppen und das ist ein Problem, ja, diese Ausfranzung, ja, in lauter einzelne Kommissionen und Arbeitsgruppen, die alle tolle Arbeit leisten, aber nicht geschlossen auftreten, um dann eben auch interdisziplinär Kontakte zu knüpfen. Man hat keine Ansprechpersonen und umso mehr freue ich mich, das ist jetzt eher ein Kommentar, über solche tollen Panels, wo man plötzlich interdisziplinär ins Gespräch geht und sieht, Mensch, wir haben hier tolle Leute und wir haben ähnliche Forschungsinteressen und ähnliche Gebiete. Also danke auch an dieser Stelle. Ja, Lukas, dein Thema, du darfst kurz antworten, während ich eine Reihe weiter nach hinten wandere. Nein, alles gut, also ich finde das sehr schön, dass du das auch jetzt so gespiegelt hast, das freut mich natürlich sehr. Also eine Sache würde ich mir doch auch nochmal stark machen, also klar, es gibt Leute, die zu Brettspielen forschen, aber es ist schon auffällig, dass es im Vergleich wirklich relativ wenig geht und das hat ganz viele Gründe, ich meine, ihr aus Koblenz forscht ja auch zu Brettspielen schon seit längerer Zeit, aber das Problem ist wirklich, dass es durch die Game Studies einfach sehr, sehr stark auf digitale Spiele fokussieren und ich will überhaupt kein digitales Spiele-Bashing betreiben, das ergibt überhaupt keinen Sinn, aber was ich halt spannend fände, wäre wirklich, dass man es hinkriegt, dass man unter Game Studies eben auch analoge Spiele mitversteht, denn man kann ja wunderbar gegenseitig voneinander profitieren, das erkennt man ja zum Beispiel auch bei dem Game Design, also Game Design, die digitale Spiele entwickeln, die greifen ja häufig auf analoge Prototypen zurück, ist ja auch ganz logisch, aber dass man dafür einfach, was uns glaube ich fehlt, ist die sogenannte Lobbyarbeit, wir brauchen quasi eine Art, ja, weiß ich nicht, Verband, ein Verein, der so etwas eben organisieren könnte und auch das und dann sind wir bei einem ganz anderen Punkt, nämlich auch bei den finanziellen Mitteln, nur mal aus dem Nähkästchen geplatscht, also das, was wir jetzt seit zwei Jahren mit Wortgängstollen machen, machen wir halt nebenbei, wir sind nicht dafür angestellt, wir machen das mit viel Herzblut und wir kriegen auch Unterstützung von Verlagen in Form von Spielen, das ist auch toll, sonst könnten wir das auch gar nicht machen, aber im schlimmsten Fall bin ich nach drei Jahren mit dem Wissenschaftsarbeitszeit gesitzt dann auch weg von der Uni und das war es dann halt und das sind genau die Sachen, die man halt ändern müsste, also wir brauchen Strukturen im Endeffekt, die eine nachhaltige Forschung zu analogen Spielen eigentlich ermöglichen können und das, noch einmal, dann bin ich auch ruhig, glaube ich, könnte auch der Brettspielbranche als Ganzes helfen und zwar aus dem Grund, dass wir damit dieses immer wieder viel beschriebene Kulturgutspiel mit Inhalt füllen können, denn das, was wir brauchen, sind konkrete Aktionen, sind Ausstellungen, sind solche Veranstaltungen, die den Leuten dann eben auch zeigen, dass das Kulturgutspiel eben auch Kulturgut ist, das fände ich, glaube ich, nochmal ganz wichtig. So lange brauche ich gar nicht, um eine Reihe weiter nach hinten zu gehen, aber ich freue mich, dass wir einen weiteren Beitrag haben. Ja, vielen Dank. Ich komme aus der Altgermanistik und ich habe mich mit historischen Spielebüchern beschäftigt und dann immer mehr mit der Geschichte von Spielen und so weiter und das sind eigentlich zwei Punkte, die ich auch da noch ergänzen möchte. Was wir unbedingt auch brauchen, ist ein E-Mail-Verteiler, zum Beispiel für CFPs. Na, weil das ist, momentan ist das so, bei mir gewesen, die Vernetzung ist eher zufällig. Man lernt jemanden kennen, dann schreibt man sich an und das geht ja zum Glück auch ganz gut, aber keine Ahnung, wenn Tagung oder sowas ist, die Germanisten, die posten das über ihren Verteiler, die Geschichtswissenschaftler über ihren und man kriegt das oft gar nicht mit. Das ist total schade. Da geht viel verloren. Und dann das andere Problem ist, glaube ich, dass viele Fachkulturen extrem konservativ sind. Ich merke das in der Altgermanistik zum Beispiel. Es ist zwar toll, dass das total interdisziplinär ist, aber du kriegst eigentlich keine Stellen, weil die wollen halt trotzdem jemand, der immer zum Parsifal gearbeitet hat. Das ist einfach so. Und das ist so ein bisschen ein Problem, dass wir da immer noch halt auch kein Bewusstsein dafür haben, dass da echte Chancen dahinter stehen im Fach, weil einfach sehr, sehr alte Strukturen da noch da sind. Und wie man die noch aufbrechen kann, das fände ich auch noch wichtig. Und deshalb, ich glaube, das ist gut, wenn man irgendwie auch wirklich da so Gruppen schafft, wo wir uns noch viel stärker vernetzen können. Danke. Genau, die Vernetzung ganz stark auf interdisziplinärer Ebene. Ich kann mich erinnern, während ich jetzt so langsam wieder nach vorne schlendere, dass ich, ich glaube, es war im Beeple Talk Podcast, eine Mitarbeiterin eines Verlags zu Gast hatte, die tatsächlich ihre Masterarbeit über einfache Sprache geschrieben hat und das jetzt genau bei Spielregeln für Brettspiele unterbringen kann. Also wie kann man die so formulieren, dass sie auch tatsächlich einfach zugänglich sind? Jetzt bin ich außer Puste vom hierherlaufen. Das, was du gerade gesagt hast, das ist natürlich das, was dann auch wirklich hilft. Also da hilft dann auch die Wissenschaft quasi der Praxis, denn das, was wir dann auch anwenden können, weil wir sind ja auch immer wieder lernfähig bei Dingen, dass wir sagen, okay, was früher funktioniert hatte, immer mal Thema Spielregel, die war schwarz-weiß und nur Text und später kamen aber auch Bilder dazu und später wurden die Bilder dann auch farbig und dann wurden sie auch noch vernünftig erklärt und dann gibt es irgendwelche Kurzregeln und solche Dinge wissenschaftlich begleitet dann sozusagen Unterstützung bekommen, das ist auch sehr hilfreich. Genauso wie das, was gerade die Dame ganz hinten gesagt hatte, dass es ganz viel geforscht wird und dass es aber nicht vernetzt ist, weil ich habe auch das Gefühl, dass das Kulturgut Spiel in den letzten Jahren schon an Anerkennung gewonnen hat. Natürlich gibt es auch Spiele, die sind halt Spielzeug. Genau wie es ja auch Spielzeug gibt und das nicht direkt zum Kulturgut gehört, aber es gibt auch immer wieder Entwicklungen, wo etwas wächst, was es vor vielen Jahren nicht gegeben hätte. Also es gibt sowohl, es gab in den 60er Jahren gab es schon die ersten Versuche, Erwachsenenspiele zu machen, also weg vom Kinderspiel. Das gab es immer mal wieder, es ist akzeptiert eigentlich. Natürlich, es gibt Menschen, die haben keine Lust zu spielen, die wollen nicht spielen, für die ist das dann auch kein Kulturgut oder sie interessiert es einfach nicht. Es ist ja auch nicht unsere Aufgabe, missionarisch jeden zu diesem Thema hinzubringen, sondern wir versuchen halt, wie gesagt, wir versuchen mit unserem Medium, was wir machen, wollen wir auch Inhalte manchmal vermitteln. Du hast ja gerade gesagt, von irgendeinem, ich weiß gar nicht, welches Thema, wir haben mal ein Spiel gemacht zum 500 Jahre, Martin Luther, das ist noch nicht so lange her. Kennst du das Spiel? War, Entschuldigung, war Thema in dem Bibelmuseum, in der Ausstellung, ja, zu 5. Jahrhundert Luther, da haben wir es reingenommen, ja. Okay, also da haben wir sozusagen mit Unterstützung der evangelischen Kirche etwas gemacht und wohlwissend, das wird kein Riesenerfolg, aber es war uns wichtig, dass wir da etwas vermitteln können, dass man nicht nur irgendwelche Schriften, Bücher, Vorträge liest zu dem Thema, sondern ein Spiel als Medium, deswegen fand ich die Idee dieser Doktorarbeit richtig gut. Das ist mal ein ganz anderer Ansatz, über den ich bisher noch nichts gehört hatte. Zu den finanziellen Strukturen, vielleicht Paul, die Frage an dich, ich habe mitbekommen, dass in der Spieleautorenzunft und auch bei Spieleverlage e.V. auch gerade tatsächlich die Diskussion aufgekommen ist, wie können wir dieses Kulturgutspiel stärker in den Blickpunkt öffentlicher Förderung hereinbringen und ich glaube, ihr wollt da eine Arbeitsgruppe gründen, was ich gestern Abend so gehört habe. Ah, du guckst ein bisschen überrascht, ich überfalle dich da gerade mit, was wovon du noch nichts gehört hattest. Wir teilen uns die Arbeit in der Satz auf. Ich bin im Beirat und habe dann ab und zu mal Arbeitsgruppen, Projektgruppen, die ich leite, also diese Arbeitsgruppe für den Kodex, die habe ich zum Beispiel moderiert, nicht geleitet, aber moderiert und die Erinnerungsmails geschrieben und so. Davon weiß ich jetzt konkret nichts, was jetzt damit zu tun hat. Was ein aktueller Punkt ist, was vielleicht aber eher mit dem Panel, das es schon gab, über Sammlungen zu tun hat, ist, dass wir, muss auch Wissenschaft, muss, wie heißt das? Schon ja. Ja, also mir ist gerade der Name für diese Wissenschaft entfallen. Wie ist die Wissenschaft, wie heißt der Name für die Wissenschaft, wie man Sammlungen anlegt und Archive? Sind das nicht Archivwissenschaften? Archivwissenschaften? Ich glaube, die haben gar keinen fancy Namen. Genau. Archivwissenschaften ist natürlich sehr wichtig. Im konkreten Fall geht es uns im Moment darum, dass für SpieleautorInnen auch die Bibliotheksantime ausgeschüttet wird. Bibliotheksantime bedeutet, wenn Sie von einer, ein Buch ausleihen in der Bibliothek, dann kriegt die Person, die das Buch geschrieben hat, etwas Geld dafür. Mittlerweile haben fast alle Bibliotheken jede Menge Brettspieler auch. Aber es gibt keine sehr gute Sammlungsgrundlage für Brettspiele und deswegen kann über die VG Wort, über die diese Ausschüttung läuft, an SpieleautorInnen nicht die Antime gleich gut ausgeschüttet werden. Und dafür brauchen wir einfach eine sehr gute Brettspielsammlung. Also da haben wir da die Wissenschaft, das geht vielleicht ein bisschen in die Richtung, aber wenn du noch mehr gehört hast, dann ist das, ich halte mich auch immer gern aus manchen Bereichen raus, damit ich nicht zu viel zu tun habe. Der Lukas kann aber glaube ich was sagen. Also ich kann jetzt, also ich war ja am Mittwoch eben bei den Spieleerlagen eben vorgestellt und im Anschluss daran gab es dann tatsächlich ein Gespräch anscheinend von den Vertretern der Szene, um mal zu überlegen, wie man nämlich tatsächlich das machen könnte, das Kulturgut-Spiel von den verschiedenen, ich sag mal, Playern im Endeffekt mehr unterstützen zu können, weil es eben die Spieleautoren-Sunft gibt, die Spieleverlage.tv, genau und Spiel des Jahres und alle haben natürlich irgendwie auch andere Interessen in gewisser Weise, aber über allem sollte ja eigentlich die Idee stehen, das Kulturgut-Brettspiel nach vorne zu bringen, denn blöd gesagt, das bringt natürlich allen etwas, denn digitale Spiele werden auch ziemlich krass gefördert und das könnte man halt eben auch für analoge Spiele erreichen. Das wäre tatsächlich auch ein ganz klasse materieller Vorteil und so was ich gehört habe, ist, dass jetzt auch eine Taskforce zusammengestellt werden soll, die dann im Endeffekt, ich finde dieses Wort immer großartig, versuchen soll, eben das ein bisschen voranzutreiben. Er meint eine Arbeitsgruppe. Das klingt nicht ganz so cool. Wunderbar. Steffen, wir könnten jetzt noch darüber diskutieren, über die Bedeutung von Drittmittelforschung an Universitäten und Hochschulen, aber ich glaube, dieses leidige Thema blenden wir jetzt heute mal aus. Oder möchtest du was dazu sagen? Leidige Themen darf man nicht ausweichen. Also, es wurde von viel eben angesprochen über Vernetzung und das ist super wichtig. Es gibt sozusagen den komplementären Aspekt, dass ich sage, kann ich zum Beispiel eine Brettspielforschung auch in eine moderne aktuelle Netzwerktheorie reinschreiben, sozusagen methodische Fragen, die jetzt gerade hip sind oder Material Culture, also große Forschungsverbünde, die jetzt nicht sagen, wir definieren uns über ein Thema, sondern wir definieren uns über eine Methode, die noch nicht fertig ist. Und ich glaube, da ist eben Konstanz ein sehr guter Standort für sowas, weil wir mit dieser Exzellenz-Uni, da gibt es viele kleine Gruppen, die in solchen vernetzten Strukturen auch schon denken und da habe ich das Gefühl, da zündet gerade im Moment auch was, dass die plötzlich merken, sie verschenken was, wenn sie über Agency von Dingen nachdenken und sie schauen nicht diese kleinen Klötzchen an, was die mit uns machen können, dass wir die anbrüllen oder vom Tisch aufspringen, also was passiert da? Und ich glaube, das ist eben auch eine Sache, wo man vielleicht leichter Drittmittel bekommt, wenn man sozusagen ein großes Thema hat, wo dann Brettspiele einen wichtigen Faktor sind, aber auch nicht nur. Und da sehe ich im Moment auch Chancen, dass wir da in Konstanz was zustande bringen, ohne dass das jetzt eben auch schon groß drüber reden kann, weil es eben in der Mache noch ist. Ja, ist an der Stelle natürlich immer ganz, ganz massiv davon abhängig, sind die Fördertöpfe dann auch da, wo sowas dann in den Methoden oder in den Themenkanon entsprechend reinpasst. Aber Lukas, du wolltest noch was ergänzen. Genau, nur Sarah, wenn du noch etwas zu Drittmitteln oder so hast, sonst, ich nage immer dazu, zu viel zu reden, deswegen muss ich mir manchmal selber auf die Finger klopfen. Aber wo ich ein massives Problem an Drittmitteln sehe, ist die zeitliche Befristung. Also, obwohl du da natürlich vollkommen recht hast, es ist super toll, Drittmitteln zu beantragen, weil man erstmal kurzfristig auch vorantragen kann. Aber ich glaube, was man wirklich braucht, ist eine langfristige Finanzierung und wo es vor allem um Koordinierungsarbeit geht. Ich glaube, das ist das Problem. Wir sind alle so in unserem Wissenschaftsbetrieb gefangen, weil wir publizieren müssen, ja, lehren müssen, nebenbei müssen wir noch spielen, um irgendwie dabei zu bleiben. Und da braucht es irgendwie Organisationen, die versuchen kann, das irgendwie zu bündeln. Und da wären wir tatsächlich auch, und das ist irgendwie so mein Traum, in gewisser Weise, dass von Verlags- oder Branche und Universitäten gleichzeitig zu gewissen Teilen solche Stellen finanziert werden können, damit einerseits die Wissenschaftlichkeit gewährleistet wird, auf der anderen Seite es aber nicht zu so einer Elfenbeintürm-Forschung kommt, wo dann im Endeffekt die Spieleszene außen vor bleibt. Genau. Ich glaube, was auch wichtig ist dann, dass es eben nicht so viele verschiedene Ansprechpartner gibt, also jetzt, wenn ich von Verlagssicht ausgehe, also von der Spieleverlage e.V., sondern dass es eben so etwas wie ein Netzwerk gibt, dass eine Person da ist, mit denen man konkret über Projekte reden könnte, also dass man von verschiedenen Stellen angesprochen wird, und dann wird es ja auch nur tröpfchenweise irgendwas verteilt werden, was zu verteilen wäre. Wir sind wieder beim Netzwerkgedanken, dass die Forschenden dieser Nation und auch international sich vielleicht stärker vernetzen möchten. Ich biege langsam mal auf die Zielgerade ein und ich werfe mal so einen frommen Wunsch hier in die Panelrunde rein und teste mal was. Ihr wisst jetzt nicht, was auf euch zukommt, weil wir das nicht vorher abgesprochen haben. Aber welche Forschungsfrage würdet ihr euch wünschen, beackern zu dürfen, wenn es rund um Spiele geht? Paul hat als erster genickt. Vom Prinzip her habe ich schon gesagt, genau das will ich auch machen. Unterstützen Brettspiele bei der Entwicklung von nachhaltigem Verhalten. Und das kann man noch auf ganz viele Einzelfragen und Zwischenstufen aufbrechen, aber das ist die Grundfrage. Unterstützen Brettspiele dazu nachhaltiges Verhalten zu schaffen? Wunderbar. Das heißt, du bist eigentlich schon mitten in deinem Thema drin. Das ist fast okay. Ich fange vorsichtig damit an. Aber das ist natürlich schön, wenn man dann für die eigene Forschung genauso den Punkt getroffen hat, den man spannend findet. Sarah? Ja, ich forsche ja quasi an der Forschungsfrage, die mich interessiert, also ob sich Brettspiele auf gesellschaftliche Entwicklungen auswirken. Und meine These ist, habe ich ja jetzt auch schon mehrfach, glaube ich, deutlich gemacht, ja, sie wirken sich aus. Und jetzt ist die Frage, wie können wir das irgendwie wissenschaftlich zeigen? wie kann dieser Spielprozess, also eben nicht allein das Spiel und das Material, sondern wie kann das beschreibbar gemacht werden, was passiert mit dem Spiel, mit den Spielenden, also dieser Zwischenraum, der entsteht, wie kann das wissenschaftlich beschreibbar gemacht werden? Und da ist eben, also meine persönliche Frage, was kann es da für Methoden geben? Und es gibt Ansätze aus der Theaterwissenschaft, also ich bin Theaterregisseurin und komme aus der Theaterwissenschaft auch und es gibt Ansätze, quasi fluide Zustände irgendwie zu beschreiben und die auch wissenschaftlich auszuwerten. Und jetzt ist, ja, meine Frage einfach, was für Möglichkeiten habe ich das zu übertragen auf so eine Spielsituation und kann ich da Erkenntnisse gewinnen, die dann irgendwie zu neuen Fragen und neuen Ausformungen führen, so, ja. Sehr, sehr spannend, also gerade dieses Thema, da sind wir ja ganz nah in den Medien dran, also ich bin immer wieder überrascht, dass, wenn ich ein medienwissenschaftliches Buch zur Hand nehme, dann finde ich Printmedien, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, dann blätte ich weiter, dann kommen elektronische Medien, kommen audiovisuelle Medien und dann denke ich, jetzt müssen dann die Brettspiele da kommen und das Kapitel fehlt immer in dem Bereich, ja. Ja, weil es halt auch, ganz kurz noch, weil es halt auch so schwierig ist, ne, also das ist ja genau das Problem, also ein Buch, da kann ich halt sagen, die und die Wörter stehen da drin oder in dem Artikel geht es um das und das oder ein Kunstwerk kann ich beschreiben, aber, ja, beschreibt mal eine Spielsituation, also wir spielen jetzt irgendwie zu Fürth Catan und dann, ja, wie beschreiben wir das? So, dann erzählen wir alle, was unterschiedlich ist, aber vielleicht ist das ja auch, das meintest du, Steffen, ja glaube ich auch von, vielleicht ist das ja auch irgendwie die Chance zu sagen, okay, was bedeutet denn diese Unterschiedlichkeit, wie kann man diese Unterschiedlichkeit beschreibbar machen und vielleicht findet man in dieser Unterschiedlichkeit dann ja plötzlich auf einmal wieder doch viele Gemeinsamkeiten, ne, die dann vielleicht auch für eine Spieleentwicklung interessant sind, weil vielleicht verschiedene Mechanismen, die in einem Spiel vorkommen, dazu führen, dass viele Spielende doch ähnlichere Erfahrungen machen, als wir vorher gedacht haben, so, also das finde ich, ja, das ist schon spannend. Wolfgang, aus der Industrie kommend, welche Forschungsantworten wünschst du dir? Erstmal noch was zu Katan. Ist ein tolles Spiel, ne? Wenn mehrere Menschen Katan spielen, dann haben die zusammen eine gute Zeit, dass wir sagen, dass was gemeinsam ist und der Räuber ist immer da, wo er nicht sein soll. Aber tatsächlich, was ich wissenschaftlich spannend fände, wäre den Menschen die Angst vor der Spielregel zu nehmen und das haben wir, sowohl wir als auch andere Verlage auch schon überlegt, wie kann es sein, also es gibt viele Menschen, die möchten gerne spielen, aber sie möchten keine Spielregel lesen und wenn sie nur eine Seite ist, ist es auch schon zu viel. Das heißt, es gab schon einige Ansätze, ich lasse mir die Spielregel vorlesen, oder ich habe ein Heftchen, ich lasse mir vorlesen, es gab mal ein Dallas-Spiel, wo Jock Ewing die Regeln auf so einer Schallplatte erklärt hatte, das war halt ganz witzig, aber das war nicht sehr hilfreich, es gab CDs, es gibt Erklär-Apps, aber auch das, man braucht immer noch ein Gerät dazu, also am einfachsten wäre, man implementiert die Spielregel und ich weiß sofort, wie es losgeht und muss nicht mehr darüber nachdenken. Und das wäre spannend, gibt es Möglichkeiten, auf einfache Weise die Spielregeln den Spielenden nahe zu bringen? Das ist ja tatsächlich, also das kann ich nur unterstützen, das ist genau der Punkt, wieso so viele Menschen zum Beispiel zu Veranstaltungen wie Stadtland spielt gehen, weil sie dort das Spiel erklärt bekommen, obwohl das eigentlich nur ein, zwei Seiten Regeln hat, aber das klappt halt zu Hause eben doch nicht und bei Stadtland spielt kriegt man es erklärt und das ist der Erfolgsgarant für solche Veranstaltungen. Ja, oder hier unten brauchst du ja nur zu gucken, da kommen die Menschen hin und sind happy, dass jemand ihnen das Spiel nahe bringt und erklärt. Genau. Lukas, Forschungsfrage. Ich hatte gerade schon so ein bisschen so dystopische Zukunftsvisionen, wie die Brettspielbranche die Leute infiltriert. Also meine konkretes Anliegen oder meine Forschungsfähre war ja tatsächlich zu überlegen, wie man in diesem Kontext der Medienforschung, tatsächlich Artefaktforschung, das Brettspiel einladen kann. Also ich bin da im Endeffekt relativ nah bei dem, was Sarah sagt, wobei ich hier nochmal sagen würde, also in den Gamesal unterscheidet man quasi zwischen, das weiß Steffen auch, ganz viel besser als ich wahrscheinlich, zwischen Game und Play. Und was mich tatsächlich interessieren würde, wäre erstmal die Beschreibbarkeit des Games. Das Play ist genauso wichtig, aber ich wäre schon zufrieden, also für meine spezielle Forschung, wenn ich schon ein dieses dämliche Game beschreiben könnte und dann auch das Play noch dazu zu nehmen. Und das wäre für mich tatsächlich persönlich eine Forschung, weil das grundlegend für mich ist, um dann eben auch so etwas wie die Repräsentation des Mittelalters in Brettspielen genau zu definieren zu können. Also wie kann ich eigentlich Brettspiele beschreiben als Ganzes? Wunderbar. Steffen, wir haben dich von hier oben vertrieben. Wunderbar. Ja, dann schaue ich mal in unser Publikum. Gibt es noch Zurufe? Ich muss natürlich hier wieder zugreifen. Keine Angst, ich komme wieder auch bis ganz hinten. Die Damen und Herren, die hier den Stream managen, die kriegen immer die Krise, wenn der Moderator durch die Gegend läuft, befürchte ich. Ja, ganz herzlichen Dank für diese sehr spannende Diskussion und für das Panel. Ich wollte kurz noch zum Ende ein Angebot loswerden und zwar für diesen Punkt Vernetzungsplattform. Nutzt die institutionalisierten Sammlungen. Ja, also wir sind ja nicht nur Aufbewahrungsorte für Spiele, die natürlich sind. Wir laden alle herzlich ein, uns als Quelle zu nutzen. Wir bearbeiten auch zahlreiche wissenschaftliche Anfragen im Jahr. Über 100 sind es bei uns und wir haben dort dadurch natürlich auch ein großes Wissen und ein großes Netzwerk und können das sicherlich einen sehr, sehr guten Beitrag auch zu leisten, wenn es um Vernetzungsfragen geht. Und wenn jetzt eine Taskforce ins Leben gerufen wird, denkt an uns, also nutzt uns auch als Plattform und bindet uns mit ein. Das heißt hier in dem konkreten Fall, welche institutionalisierte Sammlung? Das Deutsche Spielearchiv im Haus des Spiels. Über 40.000 Objekte haben wir bei uns in der Sammlung und genau, man findet uns und darf auch zu uns kommen und mit den Spielen als Quellen arbeiten. dann war hier noch eine Wortmeldung ganz da hinten. Ich laufe noch ganz hinter der Kamera rum. Liebe Grüße an den Stream. So, hallo, schönen Abend. Vielen Dank auch für die interessanten Ausführungen. Ich hätte noch eine Frage, vielleicht darf ich mal anmaßen, das Anregungen zu nennen. Sie haben sehr viel über Netzwerke gesprochen und wir sind ja hier auf den internationalen Spieltagen und das wäre meine Frage, das Panel heißt ja Brettspielforschung in Deutschland, aber das Spiel ist jetzt ja kein rein deutsches Kulturgut, das ist ja ein menschliches Grundbedürfnis, würde ich es vielleicht nennen. Deswegen einfach meine Frage, inwieweit vielleicht Brettspielforschung in anderen Ländern schon gewisse Ansätze zeigt, von denen ja auch die Brettspielforschung in Deutschland profitieren könnte und inwieweit man da profitieren könnte. Vielleicht darf ich das so anmaßen, weil auch dafür ich quasi mehr oder weniger verantwortlich bin. Es ist überhaupt nicht anmaßend. Wir haben uns, also um das vielleicht kurz aufzuführen, wir haben relativ spät dieses Jahr davon erfahren, dass wir die Möglichkeit erhalten, diese Research Day hier zu organisieren. Und wir planen es tatsächlich so oder hoffen, dass das nicht bei dieser einmaligen Veranstaltung bleibt, sondern dass es viel mehr regelmäßig geschehen kann. Deswegen haben wir uns jetzt bewusst, also vom Organisationsteam dazu entschieden, erstmal nur ein rein deutsches Phänomen zu klären, weil es nämlich genau wie Sie, wie du das gesagt hast, in anderen Ländern bereits Ansätze gibt, mit diesen Wissenschaftlern stehen wir auch im Gespräch, das GameInLab ist hier, also das ist ein Department von SMODI, was quasi weltweit Forschungsprojekte fördert. Und witzigerweise sind wir das erste Forschungsprojekt, was dieses Jahr mit denen aus Deutschland in Kontakt gekommen ist. Und deswegen war unser Ziel jetzt erstmal in Deutschland tatsächlich auch zu versuchen, da eine Art Awareness zu schaffen, eine Aufmerksamkeit dafür zu schaffen, dass es eben wichtig ist, dass wir auch in Deutschland Netzwerke dafür zu schaffen. Also ich bin der Letzte, der sagen würde, wir machen jetzt hier unser eigenes deutsche Süppchen, unsere Sauerkrautsuppe oder wie auch immer und wollen uns nicht internationale vernetzen, aber ich glaube, es ist auch wichtig, gerade jetzt hier erstmal in die Diskussion zu kommen, um uns selber auch aufzustellen. Also deswegen vollkommen richtige Anmerkungen. Paul, auch da gerne ergänzen. Genau, für mich aus der Psychologie, die sich ja selbst als Naturwissenschaft sieht und immer englisch veröffentlicht, war der Titel auch ein bisschen komisch, weil alles, was ich irgendwann mal schreiben werde, wenn das nicht spezifisch thematisch nur mit Deutschland zu tun hat, werde ich das auf englisch veröffentlichen und in internationalen Journals versuchen unterzukriegen. Und das, was ich da schon mal gescreent habe, das war jetzt kein systematisches Review, aber ich habe schon ein bisschen, so ein paar Dutzend Paper mir angeschaut, zu Forschung, zu konkret eben Brettspiele und Nachhaltigkeit, die kamen aus der ganzen Welt. Also da gab es Beispiele aus Taiwan, aus Spanien, aus Japan, von überall her wirklich bunt gemischt. Also da wird auch überall geforscht. Vielleicht noch ganz, ganz kurz dazu, wenn das okay ist, es gibt ja zwei große im Endeffekt internationale Journals, die sich mit Brettspielforschung beschäftigen. Das wären einerseits die Board Game Studies, die es ja schon seit Ewigkeiten gibt, 1995 glaube ich, wenn ich mich nicht irre, die sich aber vor allem jetzt lange Zeit mit Geschichte der Brettspiele beschäftigt haben. Das war häufig ein sehr archäologisch-historischer Ansatz, auch da ändert sich etwas. Und dann gibt es die Analog Game Studies, die aus dem angloamerikanischen Raum, die aber interessanterweise, glaube ich, auch kulturell beträgt, häufig auch Pen-and-Paper-Rollenspiele mitbehandeln. Das ist super spannend, etwas, was bei uns gar nicht so stark hier ist in Deutschland. Klar, wir haben das schwarze Auge. Aber diese ganz spezifische Forschung zu Brettspielen, die nochmal gesondert zu sehen, das fände ich eben wichtig. Und vielleicht noch eine Sache, Paul, also ich sehe das auch, es ist super wichtig, es international zu vernetzen, aber ich sehe auch die Gefahr, dass wenn wir ausschließlich auf Englisch veröffentlichen, dass wir die Szene, die Spielenden, verlieren. Und das finde ich super schade. Also wir brauchen, glaube ich, beides irgendwie. Ja, für mich habe ich nicht wirklich die Wahl. Das liegt wieder an dem System, wie das aufgebaut ist. Wenn ich eine gute Promotion machen will in der Psychologie, muss ich in internationalen Journals veröffentlichen. Ich darf mir erlauben, noch zu ergänzen, es gibt nicht nur zwei Journals. Wer da mal tiefer reingucken möchte, da gab es mal eine Episode im Brettspielradio-Podcast. Da wurden noch mehr vorgestellt. Ich weiß, ich habe den selber gemacht. Ich hätte noch eine Anführungsfrage an die Spieleverlage, denn was mich vor allen Dingen immer interessiert, ist die historische Forschung zu spielen. Und dann würde ich quasi gerne mal die Verantwortung auch mal umdrehen wollen und in die Richtung fragen, inwieweit werden Spieleverlage eigentlich dazu angehalten oder dabei unterstützt, vernünftige Firmenarchive einzurichten und ihre Projekte zu dokumentieren, nachzuhalten, wer in Projektmanagement mitgearbeitet hat, bis hin zu Auflagengrößen und werden Prototypen archiviert, werden Arbeitsschritte archiviert. Das muss ja gar nicht, wenn das sozusagen unter Geschäftsgeheimnis läuft, morgen in irgendeinem Archiv landen, aber dass diese Dinge überhaupt erhalten werden, um dann irgendwann mal der Forschung für Verfügung zu verstehen. Also ich kann natürlich nicht für jeden Verlag sprechen, ich spreche halt für Kosmos und wir haben tatsächlich ein Archiv, wir haben auch eine, ich will nicht sagen eine Forschung dazu, aber wir haben eine Chronologie unserer Arbeit. Wir haben vorhin ein Büchlein dahin gelegt, 200 Jahre Kosmos, wir haben ja dieses Jahr unser 200-jähriges Jubiläum und in unserem Archiv findet man auch die ersten Spiele, die wir 1931 verlegt haben, genauso wie die Spiele, die halt in moderner Zeit entstanden sind und sind alle aufbewahrt, archiviert. Was tatsächlich nicht unbedingt stattfindet, ist, dass wir ein Prototypenarchiv haben, wir haben auch Autoren, die hätten gerne ihren Prototypen zurück, auch wenn das Spiel veröffentlicht wurde. Und ob die einzelnen Arbeitsschritte, sie werden natürlich festgehalten, aber wie lange sie festgehalten werden, wäre sicherlich nicht für die Nachwelt. Also das ist eine Dokumentation für unsere Arbeit und wenn wir die irgendwann nicht mehr brauchen, dann wird die auch irgendwann mal nicht mehr vorhanden sein, es sei denn, sie wurde digital erfasst. Was natürlich jetzt in den letzten Jahren eindeutig viel mehr ist. Man muss halt dann nur irgendwo speichern, archivieren und wiederfinden. Der Paul flüstert mir geradezu, im Spielearchiv gibt es auch Prototypen von Alex Randolph beispielsweise, die da archiviert sind. Ansonsten kann ich nur berichten, ich hatte jetzt das Privileg, dieses Unternehmensarchiv bei Kosmos mal zu besichtigen vor drei Wochen. Das ist schon beeindruckend, was da liegt. Also sehr, sehr schön. Lukas, du möchtest auch noch was sagen? Kleine Werbung. Im Panel vorher ging es ja, zwei Panel vorher, ging es ja genau darum, also über Brettspielsammlungen. Das heißt, wenn du dich dafür interessierst, kannst du im Nachgang an der Spiel dir die Aufzeichnung von diesem Panel anschauen und da wurden auch teils diese Fragen diskutiert. Wir haben tatsächlich auch versucht gehabt für das Panel Brettspielsammlungen von Ravensburger, jetzt habe ich den Namen leider schändlicherweise vergessen. Dankeschön. Genau, Christian Schwenz zu erreichen, der leider dann doch nicht konnte. Also das finde ich auch ein super spannendes Thema. Also wie Verlage selber, es gibt nämlich auch Verlage, die ich habe mal so ganz blau euch angefragt, hey, könnt ihr mir mal alle Spiele schicken, Titel, die was mit dem Mittelalter zu tun haben? Und dann haben einige Verlage zurückgeantwortet, ja, wir wissen selber gar nicht mehr, wie viele Spiele oder welche Spiele wir alle veröffentlicht haben. Das ist ein Problem, das würde ich auch so sehen, weil da geht natürlich einfach auch viel verloren. Wunderbar. Da kommt noch eine Frage. Gerne. Ist immer toll, dass daneben direkt ein Stuhl frei ist, dann kann ich... Ja, wie kommen wir jetzt an all diese Informationen? Der Podcast von dir, der würde mich interessieren. Der ist super. Ja, dazu brauche ich einen Link. Dann die Aufzeichnung, die Videoaufzeichnung von den Panels, die ich leider verpasst habe heute Vormittag. Wie geht es jetzt weiter, wenn wir hier auseinander gehen? Lukas. Ja, danke. Also einerseits die Videos, die von diesen Panels gemacht haben, werden wahrscheinlich auf der Seite der Spiel veröffentlicht werden, das heißt da über deren YouTube-Kanal auch findbar. Ansonsten, es gibt wunderbare Quellen, wie jetzt beim Beeplecast, wo man sowas findet. Ansonsten haben wir eben bei Board Game Historian jetzt die letzten zwei Jahre versucht, einfach sehr viel zusammenzutragen. Das heißt, hier werden wir auch versuchen, weiterhin spannende Projekte aufzulisten und ich hoffe, wie gesagt, sehr, das ist das, was ich auch ein bisschen, ja, mit gedacht habe und erwartet habe, beziehungsweise mit dieser Veranstaltung verbinde, dass wir jetzt vielleicht mit dieser Taskform oder mit dieser Gruppe, die jetzt gegründet werde, vielleicht schauen können, wie man wirklich ein Netzwerk, eine koordinierte Anlaufstelle schaffen kann, um solche Sachen weiter zu sein, weil ich glaube, ohne das wird es nicht weitergehen. Ansonsten, also ganz blöd gesagt, die Arbeit, die wir jetzt in letzten zwei Jahren gemacht haben, die können wir auf Dauer auch nicht so weitermachen. Das klappt nicht, wir kommen an unsere Grenzen und ich glaube, aber es braucht eine koordinierte Ansonsten wird es auseinanderlaufen. So, glaube ich. Und meine Hoffnung, du hast gerade mit Hoffnung angesetzt, wäre, dass wir vielleicht auch jetzt im Nachgang des Panels die Gelegenheit nutzen, uns vielleicht auch untereinander zu vernetzen. Ich denke mal, dass hier im Wesentlichen an Forschung Interessierte mit dabei waren. Hier ist ein starkes Panel vertreten, sogar im Publikum jetzt Panelisten mit dabei. Lasst uns doch gemeinsam die Gelegenheit nutzen, jetzt im Anschluss an das Panel, vielleicht noch bei dem einen oder anderen übrig gebliebenen, es ist nicht mehr so viel Getränk da, aber vielleicht kriegen wir es irgendwie noch hin, noch ein paar Getränke zu bekommen. An dieser Stelle würde ich von daher ein herzliches Dankeschön aussprechen an Paul, an Sarah, an Wolfgang, an Lukas, an Steffen, dass ihr für das Panel hier zur Verfügung gestanden habt. Ein noch viel größerer Dank an das Publikum, denn ohne ein Publikum macht ein Panel wenig Spaß und unsere Hoffnung als Panelisten ist immer jetzt danach in den Austausch zu kommen und sich austauschen zu können. Die Wortbeiträge aus dem Publikum waren schon sehr spannend, vielleicht können wir das jetzt noch intensivieren. Also an der Stelle ein herzliches Dankeschön an alle, die da waren. Viel Spaß noch morgen beim letzten Messetag. Ich hoffe, dass alle noch hier sein können und an euch auf dem Panel ein herzliches Dankeschön. Und noch ganz kurz, dass ich auch danke an Jürgen, dass er das hier so wunderbar professionell gemacht hat. Das sieht man einfach, es reicht nicht, wenn man einfach Wissenschaftler ist und ein Panel leitet. Man kann das auch sehr, sehr gut lernen anscheinend. Sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Sehr gut. Und Entertainer-Qualitäten. Und Entertainer-Qualitäten. Danke. 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 Vielen Dank.